. Momentan schreit ja die ganze Welt nach Hummus. Alle lieben die orientalische Speise. Und darum gibt es heute von mir eine ganz spezielle, schöne Variante davon. Die dauert weniger als 60 Sekunden für die Zubereitung. Die Zutaten habe ich schon ready. Ich zeige euch gleich mal, wie sie aussehen. Und dann legen wir los. . So, ich beginne mit den Hauptzutaten. Und das sind Kichererzen und Tahini. Das ist ein Sesampasten. Dann kommt der ganze Rest rein. Das cool ist, dann muss es nicht nur noch gemixt werden. Das schaffe ich 100% pro in 60 Sekunden Rande. Die gebe ich jetzt in dem Fall die Farbe. Und ganz wichtig, Olivenil. Zack. Ich bin gerade von Tel Aviv zurückgekommen. Das hat mich gerade inspiriert von diesem Rezept. Weil die Israelis essen die Hummus die ganze Zeit. Und am Morgen, zum Mittag, zum Nacht. Zum Mittag, Ohhhh. Voila. So. Oh oh. Hm, schön. Ich seh das los. Ready! ARD Text im Auftrag von Funk